So lo lo, heute spielen wir wieder hier Master Builders, okay es gibt's hier Jurassic Industry Holiday, äh, Super, Olympiade, äh, es ist Super, was ist nochmal Super? Ich google kurz, was ist Super? Super ist, äh, achso, ein Kanal, es ist jetzt, okay, Super ist wahrscheinlich gemeint ein Abflusskanal, okay, das heißt, ähm, ich baue mal so eine Straße irgendwie, nach so einem Kanal, ich glaube, dass mit Syrus ein Abflusskanal gemeint ist, ähm, das gehe ich nochmal weg, irgendwie habe ich das als Standard-Set irgendwie dabei, keine Ahnung, wie man es weg macht hier, jetzt das und das, so, jetzt auch das und jetzt brauche ich mal eine Straße, Obsidian oder so brauche ich noch, so, dann mache ich mal irgendeinen Boden, ich weiß nicht, äh, gibt es nicht irgendwie schwarzes ja auch, ich glaube, schwarze Wolle trifft es am ehesten, oder warte mal, ich, ich mache, glaube ich, das hier, so, und Black Wool, so, so, dann brauche ich irgendwie eine schnelle Straße oder so, irgendwie, so, 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 und ich habe eine bessere Idee, Leute, ich habe eine bessere Idee, ich habe eine bessere Idee, das mache ich so, äh, egal, das lasse ich hier mal so, okay, ich habe richtig gute, ich brauche so ein 2D, äh, Dings hier, das heißt, ich brauche Dirt, äh, wir haben 8 Minuten Zeit, also, es wird sich eigentlich hier alles ausgehen, das heißt, ich brauche so, äh, 2D mache ich später hier, so, jetzt brauche ich das mal, 8 Minuten, das soll schon hier passen, irgendwie, waren so 2D, so eine Hälfte, so 2D irgendwie, kann man, das wäre schon irgendwie schaffen hier, so, es soll nicht so, so groß sein, das soll, so, das passt schon hier, so, ja, so groß soll das sein, das passt schon, so, dann brauche ich das irgendwie mal hoch hier, es soll so nur so eine kleine, äh, dünne Wand hier sein, aber viel ist auch richtig cool, ich überlege gerade, soll ich das dicker hier machen, ich weiß nicht, so, ähm, so, dass ich oben nachher so, ähm, die Oberwelt habe, praktisch, in der Mitte, so ein Abflusskanal, okay, so, bam, 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 muss gerade ein bisschen konzentrieren hier, so, dann mal bam, so, ja, ich muss auch ein bisschen Höhe bauen, muss auch sehr hoch bauen eigentlich, so, ich hoffe, ich werde fertig gegen W, muss ich so hoch sein, so, die Höhe passt, oder ein Block nachher noch, äh, die Höhe passt, glaube ich nachher, muss ich schnell bauen, so, mach ich gleich die nächste Ebene hier, so, bam, 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 setz die Löcher still, ihr ausfüllen, so, das war's, und jetzt hier schnell, so, jetzt einfach hier schnell rüber hier, fliegen, oh, oh, da hast du gerade nicht, äh, so viele Blöcke hier, äh, Dings hier, platziert, ich weiß nicht, worum hier, egal, äh, ich baue mal hier so, das fertig, aber glaubt mir, das wird richtig cool noch am Ende aus, hoffentlich, also, es schaut wahrscheinlich cool aus, wenn ich fertig werde, also, ich mache hier noch, noch, noch solche Akzente hier, und so, also, mache ich später, jetzt muss ich erstmal hier, ähm, den Dings hier bauen, ich glaube, ich mache den jetzt so hoch, so, und da, darüber kommt nachher, ähm, da, ja, ist das, das Grasen, das Ganze, sechs Minuten, ich muss schnell bauen, ich muss wirklich schnell bauen hier, so, bam, 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 also, ich glaube, ich muss langsamer bauen, ich bin jetzt zu schnell, so, so, jetzt hier irgendwie schnell hier das, so bauen, ich habe eine Idee, ich mache da vorne so einen Mineneingang, okay, 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 oder, dass das hier so, äh, komplett verwachsen ist alles nachher, so, ich mache so zwei, die das man von jeder Seite hier so reinschauen kann, seitlich, äh, keine Sorgen hier, das wird schon hier irgendwie passen, ähm, so, ähm, ich habe schon die Hälfte oder so mehr oder weniger geschafft hier, den Grundriss hier, so, dann war ich so, irgendwie passt das hier schon so, dann mache ich Stairs und Slap, so, so, okay, es sind ein paar nicht, äh, platziert worden, wieder ein paar Stiegen, okay, in der Mitte kommt auch das Wasser rein, okay, 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 so, passt, okay, dann bräuchte ich jetzt nur mal hier in der Mitte, äh, den Dings hier, oh nein, es hat sich platziert hier, muss langsam mal bohren, dann kommt hier, äh, der, wie heißt es, der, ähm, Dings hier rein, der, äh, das Wasser, jetzt erstelle ich hier auf der anderen Seite, oh nein, Leute, ich glaube, ich werde nicht fertig hier, das ist langsamer bohren, äh, weil das hier nämlich, äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie verpackt oder so, so, jetzt hier noch irgendwie so, oh nein, Leute, ich glaube, ich werde nicht fertig, ich brauche jetzt einfach schnell irgendwie hier, äh, dass ich noch zum oberen Teil komme, äh, so, dann nachher irgendwie hier, Dirt hier drauf, oh nein, Leute, ich glaube, ich werde hier nicht fertig, aber ich habe jetzt richtig cool, ich hätte auch, glaube ich, viel kleiner bauen sollen, ja, ich glaube, ich mache nur die eine Schicht, oder, oder, obwohl, ich glaube, ich könnte die zweite Schicht hier auch noch machen, eigentlich, so, jetzt hier noch überall hier Gras drauf, hier, so, so kleine Akzente hier, so, wenn ich das hier eigentlich schaffe mit dem Gras, dann passt sie eigentlich, ich habe noch relativ viel Zeit eigentlich, so, ich hoffe, ich schaffe das hier irgendwie, das ist eine richtig gute Idee hier, wenn ich fertig werde, dann werde ich safe gewinnen hier, so, so, so ein 2D-Dings hier zu bauen, ist eine richtig gute Idee, wenn ich hier irgendwie fertig werde, hier oben baue ich nachher so noch so eine kleine Hütte hier drauf, so, so, jetzt muss ich das noch irgendwie hier, ähm, Gravel brauche ich noch hier, ich brauche ganz schnell einfach, also es wird wahrscheinlich nicht so schön aussehen, so, ich muss gleich den Kanal an sich fertig machen, so, irgendwie, so, jetzt wird schnell Water hier rein, und alles, und, ähm, Marzis, Cobblestone, äh, wie heißt das, kein Cobblestone, äh, sondern Dings hier, das Wasser muss ich unbedingt gleich rein machen, das ist einer der wichtig, wichtigen Dinge hier, und nein, das war's Falsche, so, so, äh, irgendwie so, dass es irgendwie verwachsen aussieht, ah, doch, das passt schon irgendwie, das sieht schon cool aus hier, so, äh, jetzt auch hier irgendwie Iron Bass, eigentlich wollte ich doch Hase hier unten drauf bauen, aber, es geht sich glaube ich nicht mehr aus, oder wenn ich schnell bin hier, so, so, dann irgendwie hier mit Blätter noch, ganz, 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 ganz schnell, ich kann auch schon ein Bonbon hier, irgendwie, so, so, ganz schnell hier irgendwie ein Baum, so, bam, 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 ein ganz kleines Haus, irgendwie geht's hier so raus, okay, das Haus ist nicht mehr ganz ausgegangen, aber es geht, ja, das ist halt, das ist halt so ein Kanal von dem hier, äh, es ist okay, weil es ein Kanal ist, also mit, genau, die Ahnen hätte ich hier noch einbauen sollen, aber das Ding ist, okay, hier steht ja noch da hier, ähm, das Ding ist, ähm, es ist halt, es ist halt nur, ne, wie soll ich sagen, so ein Ding, ich hab halt übelst viel gebaut, der hat einfach nur so einen kleinen Kanal gebaut hier, außerdem liegt er nicht mal in der Erde und so, also, für die Zeiss, ich mein, okay, das ist wirklich super kacka, äh, ja, also, passt hier schon irgendwie, keine Ahnung, was ich hier hingeschrieben hab, ja, Kopfwebs hätte ich noch machen sollen hier, also, wahrscheinlich wieder so einer, der hier schreibt, ähm, der hier irgendwie schreibt, ja, gibt mir alle Legendaries, ich gewinne oder so, so, also, super kacka, so, okay, das hier, ähm, okay, äh, wann kommt das hier, jetzt, okay, okay, nee, das ist wirklich nicht cool, achso, das soll so ein Killer Clown sein, ah, für die Zeit, es gibt nur, okay, es trifft, und weil es ein Killer Clown, gute Idee eigentlich, aber, nee, ich finde meins der coolsten irgendwie, äh, wenn das Haus auch irgendwie nicht gut geworden ist, aber ist egal, ist egal, ähm, was kommt das Nächstes, okay, wir sind richtig viele Spieler hier, äh, das meins, sind zwei D-Dings, das sieht richtig cool aus eigentlich, okay, es gibt die hier, oh nein, der eine gibt kacka, der eine gibt gut, ich meine, es, es sieht schon wirklich cool aus hier, sind zwei D-Dings, es sieht wirklich cool aus, ich könnte, als es wirklich gewinnen, nur, es hat viel zu wenig Zeit für das, ähm, finde ich, hier sind Thanos, okay, ja, da ist halt wieder super kack, aber es ist halt, ich kann auch was das hier ist, da kann man nicht mal rein hier, ich weiß nicht, das ist wie so eine Probmaschine, wo man hier irgendwie dran dings, dass das schneller hier geht oder so, ne, okay, ähm, okay, der Boden auch nicht so einfallsreich, ich habe meinen Boden auch nicht irgendwie anders machen können, aber egal, ich hätte halt auch noch verzügen können, verziehen können, aber es ist halt keine Zeit für die 10 Minuten, das geht einfach nicht, äh, das ist gut eigentlich hier mit dem Glas, ah, es geht nur okay, aber mit dem Glas, hier das Wasser im Glas, ich finde es nicht zu cool, nein, aber es trifft, ich gebe ihm okay, aber der wird wahrscheinlich gewinnen oder sowas, ich habe halt viel zu viel Arbeit hier, äh, mehr gemacht, aber es ist halt eine gute Idee, und die machen einfach hier so einen Kanal, ich habe hier mal so zwei, ja, das ist legendär, ja, das ist der Conan, aber es sieht wirklich nicht schlecht aus hier, was ist das, so Schildkröte, da steht da Plastik, also es ist Plastik, was ist das hier, save the turtle, okay, ah ja, okay, ähm, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, was hier meint, klar, es ist auch kein Plastik hier, egal, äh, was ist das nächste, so, jetzt kommt gleich das nächste, wann kommt das nächste jetzt, äh, warte mal, ich drücke mal, F3, so, äh, okay, ähm, es ist gut gemeint, ich mein, äh, es kriegt ein okay, es kriegt ein okay, ist eine gute Idee auch, aber meins ist halt auch richtig cool, finde ich, ich hätte auch so ein Super Mario Dings machen könnten, aber egal, ist so ein kleiner Super Mario, ist echt cool eigentlich, eine gute Idee, was ist das hier, okay, das lade gar nicht, also immer das ist, ich glaube, das soll so ein Pilz darstellen, oder, ach so, hier ist die Vorderseite, so ein Pilz, äh, okay, ich glaube, das soll so ein Pilz darstellen, glaube ich, oder so ein, äh, Frosch hier, ne, ne Schildkröte, oder, ich weiß nicht, ähm, auf jeden Fall, super kack, oh, ich habe jetzt vergessen zu woten, äh, weil es ist halt wirklich super kack hier, was ist das hier, ja, es ist, es ist, für die Zeit ist halt nicht viel, es ist, ah, es kriegt ein, es kriegt ein Okay, weil es trifft, auch mit dem, äh, Dings hier, es kriegt ein Okay, würde ich sagen, so, oh, oh, hier ist ja immer noch eine Orange hier, ähm, so, was ist das nächste, oh, oh, okay, das nicht zu guck macht, das wirklich nicht zu guck macht, es gibt einen Kacker, für die Zeit, ich meine, ich könnte das dreimal bauen, gefühlt in der Zeit, irgendwie, in 10 Minuten, ist eine gute Idee, aber, nee, es gibt, es gibt, kacka, äh, es ist halt, keine Ahnung, ich finde es nicht zu cool, so ein Monster, okay, äh, okay, der eine Legendary, ich glaube nicht, dass die alle so gut gehen, oder? okay, das ist gewonnen, oh, ich sehe es gerade nicht, der hat einen Chat irgendwie aus, so, jetzt, äh, oh, ich sehe gerade gar nicht, ob ich dritter bin, oder so, Egal, äh, ja, ich bin wahrscheinlich dritter, oder so gewesen, ja, ich bin gleich in der nächste Runde, würde ich mal sagen, lasst einen Like und ein Abba da, für mehr, oder, ich mache jetzt den Chat weg, so, lasst einen Like und ein Abba da, für mehr Minecraft, äh, Masterpil ist hier, äh, ja, und lasst ein Abo und Like da, und, ciao, Ciao, Winkie! Outro 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 Bis zum nächsten Mal.